Köln Tobias! Du musst doch selber weggefahren sind. Im Nachhinein geht es aber dann weiter. Du solltest den Vorhang vielleicht zumachen. Und Mama, niemand muss morgen. Und Mama, ich glaube, man kann nicht alle Nacht im Zug dann ausschlafen. Ja, du kannst dich eh nicht ausschlafen. Ich möchte heute noch ein blutes Vorarlberg ziehen. Deshalb stehe ich früher auf. Mojan, was ist der Arlberg? Da fahren wir drüber, dass wir nach Vorarlberg kommen, weil zwischen Tirol und Vorarlberg ist der Arlberg. Und warum? Da müssen wir drüber. Müssen wir da dann nicht noch früten? Warte, wir fahren jetzt am Abend weg mit 19. Ja, in der Nacht, ja. Was? Soll ich dann... Und 10 fahren wir weg in Wettchen an dieser Baum. Aber Mutter da dann schon schlafen will. Vorher kann er von der Rose und die Sitzig mit dem Zug erkunden, weil so nehmen wir nicht. Ja. So müssen wir dann auch nehmen. Können wir da mit Königern aufbrechen und in die Klappe nehmen. König. Oh, Kaiser. 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 Ich bin auf dem Feuer und kann nicht so viel aufnehmen. Aber die Mama und der Papa nehmen mit und die Mittler dann vielleicht Kaiser mit und die Mittler dann vielleicht. So, warum fahren wir denn Erdmann ab? Weil er neigt sich das kurz nach Mitternacht abfährt in Amstetten. Ja, warum? Ja, deshalb heißt er ein Nightjet, weil er in der Nacht fährt. Aber von wo fährt er das Bett? Von Amstetten. Aber warum fährt man da nur eine Nacht? Nein, weil das ja nicht so weit weg ist. Sorry, wenn man fährt mal in der Nacht? Nein, fährt eine Nacht hin und eine Nacht zurück. Fährt nicht? Wie lange bleiben wir im Hotel? Drei Tage. Drei Tage, zwei Nächte. Wie viele Liter? Viermal, zweimal? Zweimal übernachten wir und drei Tage sind wir dort. Die Mama hat gesagt, nur zweimal. Die Mama hat gesagt, nur zweimal. Schlafen wir. Was? Wir schlafen zweimal im Hotel und zweimal im Zug. Ja, aber wir sind mal letztens, wenn wir schlafen. In den Nacht zieht das immer noch nicht. Und wir waren schon öfter mit einem Schlafzug gefahren. Nachtzug? Ja, aber wir sind im Nachtwagen gefahren. Nein. Geht auf? Geht an... Nee, ich will mal kurz nupfen, dann einen hoch nupfen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und was muss ich denn tun? Wo haben wir denn jetzt? Aber ich ne, jetzt ist es ja nicht so gut, so ist es nicht so gut. Warum? Weil es nicht so gut ist. Weil es nicht so gut ist. Weil es nicht so gut ist. Warum? Weil es nicht so gut ist. Ich habe es nicht so gut. Da ist es mit Tänken. Du bist so gut, du bist so gut. Ich habe es jetzt. Und das ist mit Tänken. Und das ist mit Tänken. Und das ist mit Tänken. Du, da bin ich dran. Hey, da bin ich dran. Wo ist denn? Du bist da. Wir sind schon da. Ja. Ich sag immer nicht, wenn wir nähen. Wenn wir dann sitzen, schnell ist das. Du brührst. Ich glaub nicht. Wir können jetzt schon raus. Wir können jetzt autobieren. Ja, ich will auch nicht. Ja, er steht noch nicht mal. Die Dritte der Uhr, die viertelte Jadeibile wurde einmal in einer Generation mit ihr h't allen. Wie sagt denn das so sein hoher Kai mit der Trump von Odeh anonym. Ich bin da, wo nachdem, Dann was ein bisschen besch bleibt. Ich kann aber nicht immer mehr jeśli ich das sagen. Dann ist das so, dass wir es ungefähr schon deutlich haben. Und zu überlegen, das dachte ich schon immer gleich. Nein. So, jetzt hörst du, sag doch, ich hörst, du warst, ich brauchst, du warst, Da, ich bin da, so, da. Wahrscheinlich da. Bitte. Wann geht das heute? Jetzt, wo? Erzähl mir mal, wo du, warum, 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 warum? Weil die Schule ist. Und morgen? Ja, morgen ist es schon frei, aber trotzdem. Übermorgen auch? Ja, eh auch. Dann auch noch, oder? Dann fang ich rein. Nein, dann habt ihr zwei Wochen schon. Und dann? Ja, aber in der letzten Woche tagen wir eh nicht mehr so viel. Nein, eigentlich hab ich es mir auch nicht mehr dazu. Es ist eh schon so, weiß ich nicht, wie du bist, die haben wir am Wandertag. Den haben wir auch? Schulfest. Wir gehen in Polen. Ja, ihr geht in Polen. Und ihr kommt zum Donnerstag, die Wuppen schlafen. Und du bist auch eine Wuppen vor dem Wandertag. Euch am anderen Tag ist die Schanenburg? Nein, da gehen wir irgendwie nach Königstetten, glaube ich. Und wann ist bei euch dann der Wandertag? Am Donnerstag ist der Wandertag. Kommenden, am 23.? Nein, das ist in der letzten Woche, glaube ich. Aber das weiß ich gar nicht genau. Tta, tta, tta... Tta, tta, tta... Tta, 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 tta... Vielen Dank.